Der Kopfimpuls hat sich durchgesetzt, die Suche ist beendet, der Weste-Preis ist gefunden, die Uhr ist da, die Begeisterung ist groß. Aber was passiert nach mehr als einem Jahr? Anfang des Jahres zeige ich euch immer die Uhren, die ich zwischen einem Jahr und knapp zwei Jahren habe, also die Neuzugänge des vorletzten Jahres sozusagen. Meine Neuzugänge aus dem Jahre 2022 sind Bestandteil dieser Serie. Ich zeige euch die Uhren in einzelnen Videos, die ich im Jahre 2022 erworben habe. Und der erste Neuzugang war im März 2022 die WANDAG Schallmauer Automatik. Ich habe sie direkt in der Pre-Order-Phase gekauft und bin nach wie vor sehr begeistert von der Uhr. Übrigens am Ende des Videos verlinke ich euch natürlich das Review zu dieser Uhr, weil ich jetzt nicht auf alles im Detail eingehe. Es ist nur mein Eindruck nach über einem Jahr. Genauer genommen sind es ja jetzt schon fast 21 Monate. Ich habe die Uhr so gelassen, wie ich sie bekommen habe. Also an dem dicken rustikalen Lederband gefällt mir nach wie vor sehr gut. Trägt sich mit den 42,5 Millimetern und den 50 Millimeter Lack-to-Lack an meinem Arm auch so gerade eben noch angenehm. Die Bauhöhe ist markant. Sie kommt nicht ganz so oft an den Arm, wie ich es mir gedacht habe. Und das liegt an einer ganz simplen Sache. Die Zeiger der Stunden- und der Minutenzeiger sind für mein Gefühl, für meine schnelle Ablesefähigkeit ein klein wenig zu nah beieinander, was die Optik und die Gestaltung betrifft. Ja, der Stundenzeiger ist etwas dicker, ist auch etwas kürzer, aber insgesamt sind die beiden Zeiger sich relativ ähnlich. Und das ist der einzige Grund, weswegen diese Uhr nicht ganz so oft an meinen Arm kommt, wie ich es mir wünschen würde. Die Nachtablesbarkeit ist klasse, für mich komplett ausreichend, trotz der Old Radium Zeiger. Das rote Datum finde ich so klasse. Ich mag immer wieder, wenn Uhren erkennbar sind und auch entsprechend für die Marke stehen, mit einem bestimmten Teil, was wie eine Unterschrift ist. Das mag ich sehr. Sie sitzt auch trotz ihrer Bauhöhe bequem am Arm. Alles das ist nicht der ausschlaggebende Grund, sondern die relative Ähnlichkeit der Zeiger. Möchte ich sie verkaufen? Nein, auf keinen Fall. Sie wird bleiben und ich werde sie auch regelmäßig tragen, wenn auch nicht ganz so häufig, wie ich mir das ursprünglich einmal gedacht habe. Ja, wie gesagt, ich verlinke euch hier auf der Seite das Review und dann könnt ihr euch auch nochmal meine Ursprungsgedanken einschließlich der kompletten technischen Spezifikationen ansehen. Vielen Dank.